Mögliche Entwicklung der Edelmetallstrategie Goldpreis in Euro Herzlich Willkommen zurück zum Dividendenalarm-Podcast. Auch wenn es heute nicht speziell um Dividenden geht, so ist die Strategie mit dem Goldpreis, die ich parallel zu meiner Dividendenalarm-Strategie verfolge, mindestens genauso interessant und baut sogar darauf auf. Aufmerksame Blogleser wissen bereits, dass sich seit Jahren die Entwicklung der Edelmetalle mit einer Strategie von Uwe Bergold verfolgen. Ich nenne sie DAX-Bewertung in Unzengold in Euro. Dazu werte ich täglich die Marktdaten aus und erstelle einmal im Monat einen Artikel mit der Auswertung des letzten Monats. Ziel dieser Langzeitstrategie ist es, antizyklisch in Edelmetalle oder eben in Aktien, also Dividendenaktien und Blutschips, zu investieren. Gleichzeitig basiert die Strategie auf Aktien, Edelmetallen und auch Währungen. Die einzelnen Zyklen dieser Strategie betragen viele Jahre und Jahrzehnte. Im heutigen Artikel möchte ich mal simulieren, was aktuell passieren müsste, damit wir entsprechende Transaktionen in unserem Depot vornehmen müssten. Alle einzelnen Monatsauswertungen findet ihr im Menü unter dem Punkt Rohstoffe und dort in der Rubrik Gold und Silber. Neben den Veränderungen der einzelnen Werte zum Vormonat wird die Entwicklung der benötigten Unzengold in Euro für den DAX anhand von drei Charts dargestellt. Wie funktioniert die Strategie mit den Unzengold in der Praxis? Im Mittelpunkt steht die Bewertung von Sachwerten in Unzengold in Euro. Das können unterschiedlichste und selbst zusammengestellte Warenkörbe oder auch beliebige Sachwerte sein. Wichtig ist, dass sie gut und kurzfristig bewertet werden können. Aus diesem Grund habe ich mich für den DAX als Basiswert entschieden. Die Fokussierung auf die Währung Euro hat damit zu tun, dass man die Währung präferieren sollte, mit der man seinen Lebensalltag bestreitet. Die Idee ist nun, dass man sein Kapital sukzessive von Aktien, also Blutschips, in Edelmetalle wie Minen, Rohstoffe und auch physische Edelmetalle umschichtet, wenn man überdurchschnittlich viele Unzengold in Euro für seine Aktien bekommt. Um bei der Bewertung des DAX zu bleiben, entspricht dies ungefähr 25 Unzengold in Euro oder mehr für den DAX-Punktestand. In den letzten Superzyklen gab es sogar noch eine deutlich höhere Anzahl an Unzengold. Umgekehrt funktioniert dies genauso. Die Umschichtung von Edelmetallen hin zu Aktien erfolgt, sobald man den DAX-Punktestand für eine niedrige, einstellige Anzahl an Unzengold in Euro bekommt. Hier sprechen wir vom unteren, einstelligen Bereich. Zum Beispiel, wenn es für ungefähr ein bis zwei Unzengold wieder den DAX zu kaufen gibt. Wichtig, die Aufgabe besteht nicht darin, zu warten, bis exakt diese Werte eingetroffen sind. Vielmehr sollte man in gewissen Phasen damit beginnen, sein Depot Schritt für Schritt umzuschichten. Je nach persönlichen Bedarf muss man nicht das gesamte Portfolio in eine andere Asset-Klasse umschichten. Es ist durchaus schon relevant, wenn man den Anteil am Gesamtdepot über- bzw. untergewichtet. So bin ich zum Beispiel bereit, meinen Edelmetall- und Rohstoffanteil auf bis zu 50% auszubauen und in der anderen Phase mein Depot mit 100% Dividendenaktien zu bestücken. In meinem Blogartikel an dieser Stelle habe ich euch mal zwei Kolumnen von Edelmetallexperten Uwe Bergold und Egon von Greyerz verlinkt. Beide schreiben unregelmäßig, aber mindestens einmal im Monat ihre Gedanken zu diesem Thema und ich kann euch herzlich empfehlen, diesen beiden Herrschaften zu folgen. Was muss sich nun wie verändern? Diese Frage wird mir häufiger gestellt und die Antwort interessiert mich selbst ungemein. Daher möchte ich heute beide Szenarien ein wenig simulieren. Es geht hier im Grunde nur um das Ergebnis. Wie die einzelnen Werte an die Zielpunkte kommen, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Aber die Vergangenheit zeigt, dass beide Wendepunkte immer wieder vorkommen. Es braucht halt Geduld und Durchhaltevermögen. Aktuelle Phase Beginnen wir mit dem Ausgangsszenario und den Werten aus dem Jahr 2018. Für die Berechnung der Unzengold in Euro benötigen wir folgende Werte, den DAX-Punktestand, den Goldpreis in US-Dollar sowie den Kurswert des Euro. In der kleinen Tabelle in meinem Blogartikel siehst du an dieser Stelle die Werte der letzten sechs Monate mit Stand vom Februar 2018. Der Wert der Unzengold in Euro, die der DAX damals wert war, stammt bei ca. 12 Unzen. Dies bedeutet, dass wir so ziemlich in der Mitte von unserer Range liegen, die im unteren Teil bei 2 Unzen und im oberen Teil bei 25 Unzen liegen. Zu diesem Zeitpunkt müssten wir nichts beachten und auch nichts an unserer Depotstruktur verändern. Entscheidend wird sein, wohin sich der Wert der Unzengold entwickelt. Das geht teilweise sehr langsam und wir müssen uns die Entwicklung daher auch nicht auf Tagesbasis anschauen. Zwölf Auswertungen im Jahr reichen allemal, um die Entwicklung zu beobachten. In meinem Depot haben zum damaligen Zeitpunkt meine Edelmetalle sowie Rohstoffe einen Wert von gut 30% eingenommen. Sollte sich der Wert der Unzengold in den kommenden Monaten deutlich erhöhen, würde ich sukzessive meinen Anteil weiter ausbauen auf bis zu 50%. Beginnen wir mit der Edelmetallphase. Mit dieser Phase bezeichne ich die Entwicklung hin zum Aufstocken der Edelmetall- und Rohstoffpositionen und dem Abbau der Aktienpositionen. In diesem Szenario bekommen wir für den DAX-Punktestand 25 Unzen Gold in Euro oder mehr. Zuletzt gab es dieses Szenario zur Jahrtausendwende bis ins Jahr 2001 hinein. In der Spitze konnte man hier bereits über 23 Unzen Gold in Euro für den DAX bekommen. In dieser Phase stand der DAX bei 7000 Punkten und fiel in den kommenden Monaten und Jahren auf unter 2500 Punkte. Der Euro stand bei unter einem US-Dollar und eine Feinunze Gold gab es für unter 300 US-Dollar. Ein Übergewichten von Edelmetallen war daher sehr interessant, vor allem weil sich niemand für Gold und Silber interessierte. Wie so oft werden Edelmetalle aufgrund ihrer Entwicklung verpönt. Zu hoch sollen die Opportunitätskosten sein und Zinsen erhält man ja auch keinen. Aber in genau solchen Phasen sichern Edelmetalle die Kaufkraft. Wenn wir bedenken, dass sich im genannten Zeitraum nur wenige Marktteilnehmer für Gold und Silber interessierten, dann lag das daran, dass wir uns im Mittel der möglichen Gesamtbewegung befanden. Das Verhältnis wird sich je nach Marktphase noch deutlich verändern. Anhand einer einfachen Simulation möchte ich ein Beispiel zeigen, was mit unseren drei Werten passieren muss, damit wir im Ziel auf einen Wert von mindestens 23 Unzen Gold in Euro kommen. Für unser Szenario ist es förderlich, wenn der DAX steigt, der Euro an Stärke gewinnt und der Goldpreis in US-Dollar an Wert verliert. Meist reicht es allerdings bereits aus, wenn sich nur zwei der drei Werte außerordentlich entwickeln. Welche Werte sind aus heutiger Sicht hier realistisch erreichbar? Im Grunde muss gar nicht so viel passieren. Der DAX könnte auf 15.000 Punkte steigen und würde damit die Entwicklung der US-Märkte aufholen. Der Euro könnte weiter zulegen und auf 1,38 US-Dollar ansteigen. Fehlt nur noch das Gold, das aufgrund des Desinteresses des Marktes auf 900 US-Dollar fällt. Nicht vergessen an dieser Stelle, dass wir das Szenario mit Blick von 2018 simulieren. Prozentual bedeutet das nun, dass der DAX nur um gut 22% zulegen müsste. Der Euro sollte um 13% steigen und der Goldpreis fällt um gute 32%. Der Verlust beim Gold ist sicherlich am größten, aber wir spielen auch gerade ein Szenario durch, bei dem sich niemand für Gold interessiert. Die anderen beiden Veränderungen mit 22% sowie 13% halte ich durchaus für realistisch. Im Ergebnis bekommen wir den DAX-Punktestand für genau 23,11 Unzen Gold in Euro und können beginnen, unsere Wertpapiere in Edelmetalle und Rohstoffe umzuschichten. Die zweite interessante Phase ist die Aktienphase und in dieser Phase befinden wir uns aktuell. Mit dieser Phase bezeichne ich die Entwicklung hin zum völligen Abbau der Edelmetall- und Rohstoffpositionen und dem Aufbau von qualitativen Aktienpositionen. In diesem Szenario bekommen wir für den DAX-Punktestand 2 Unzen Gold in Euro oder sogar noch wenige. Zuletzt gab es ein vergleichbares Szenario im Jahr 2011. In der Spitze brauchte man weniger als 4 Unzen Gold in Euro, um den DAX-Punktewert kaufen zu können. In dieser Phase stand der DAX bei 5000 Punkten, bevor er auf neue Allzeithochstieg. Der Euro stand sogar bei ca. 1,40 US-Dollar und für eine Feinunze Gold musste man damals bis zu 1.900 US-Dollar auf den Tisch legen. Ein Untergewichten von Edelmetallen und Rohstoffen war da ja sehr interessant, weil der Depotanteil der Edelmetalle damals sehr hoch bewertet wurde. Mit einer Umschichtung hat man vergleichsweise viele Aktien einsammeln können. Gold und Silber waren damals in aller Munde und jeden Tag wurden Kurse auf neuen Höchststand aufgerufen. Anhand einer einfachen Simulation möchte ich nun ein Beispiel zeigen, was mit unseren drei Werten passieren muss, damit wir im Ziel wieder auf ungefähr 4 Unzen Gold in Euro kommen. Für unser Szenario förderlich ist es, wenn der DAX fällt, der Euro an Stärke verliert und der Goldpreis in US-Dollar an Wert gewinnt. Meist reicht auch hier allerdings aus, wenn sich zwei der drei Werte außerordentlich entwickeln. Welche Werte sind aus heutiger Sicht hier realistisch erreichbar? Im Grunde muss auch bei diesem Szenario nicht viel passieren. Der DAX könnte wie in den Jahren 2014 und 2016 die Marke von 8.500 Punkten anlaufen. Der Euro könnte erneut die Parität erreichen und bis auf 1,05 US-Dollar fallen. Fehlt nur noch der Goldpreis, der wie beim Szenario im Jahr 2011 auf 2.000 Dollar ansteigt. Prozentual bedeutet es, dass der DAX in der Spitze 30% verliert, der Euro verliert moderate 14% und der Goldpreis legt um ca. 51% zu. Der starke Anstieg beim Gold ist am größten, aber wir spielen auch gerade ein Szenario durch, bei dem der Goldpreis außerordentlich ansteigt. Die anderen beiden Veränderungen mit minus 30% sowie minus 14% halte ich durchaus für realistisch. Im Ergebnis bekommen wir für den DAX Punktestand ganze 4,46 Unzen Gold in Euro und können beginnen, unsere hochgewichteten Edelmetall- und Rohstoffpositionen nach und nach abzubauen und in qualitative Blutschips umzuschichten. Mein Augenmerk richte ich dabei auf Dividendenaktien, die dann ein Kaufsignal generieren. Dazu sollten es große Unternehmen sein, die in der Lage sind, unbeschadet durch die dann aktuelle Krise zu kommen und auch ihre Dividenden weiter verlässlich zahlen. Mein Fazit. Wie du sehen konntest, braucht es nicht viel, um die jeweiligen Szenarien zu aktivieren. Besonders spannend wird es, wenn tatsächlich Werte von über 25 oder gar unter 2 Unzen Gold in Euro erreicht werden. Ähnlich wie die Dividendenalarmstrategie ist auch die Unzen-Gold-Strategie sehr effektiv und vor allem langfristig ausgerichtet. In ihrer Anwendung ist die heute beschriebene Strategie eher simpel und auch in gewisser Weise langweilig. Diese Art zu investieren ohne Hektik und täglichem rumrödeln ist gerade der Vorteil bei der langfristigen Vermögensplanung. Die Strategie verspricht zudem hohe Renditen mit antizyklischer Vorgehensweise und sie bietet dennoch die Möglichkeit, sich weiterhin auf qualitative Dividendenaktien zu konzentrieren. Wenn dich meine Edelmetallstrategie interessiert, dann schau einfach auf meinem Blog vorbei, denn einmal im Monat werde ich dort die aktuelle Auswertung kostenfrei hochladen. An dieser Stelle in meinem Blogartikel findest du noch ein paar Updates. In unregelmäßigen Abständen werde ich hier interessante und relevante Artikel rund um dieses Thema verlinken. Nun hoffe ich, dass du auch Edelmetalle und Rohstoffe in deinem Depot irgendwie untergebracht hast. Ansonsten melde dich gern bei mir und wir sprechen es mal durch. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.